Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Drittliga-Heimspiels gegen die Würzburger Kickers begrüßen. 3.153 Besucher nahmen die 0 zu 3 Niederlage unseres Kalfschleer am heutigen Sonntagnachmittag. Das Spiel am heutigen Tag war so um 14 Uhr, bereits begonnen hat, gewann der Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock 2 zu 0. Bei mir sitzen jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Michael Schiele und zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Schiele, ich darf Sie dann zunächst mit Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, hallo, zusammen. Ja, ich muss sagen, man weiß immer nicht, weil am ersten Spieltag dann oder nach einer kurzen Vorbereitung auch, wo man genau steht. Wir haben eine gute Vorbereitung auch gehabt, haben auch gute Gegner gehabt, gute Ergebnisse erzielt, gutes Training. Und ich denke dann, kriegst du das ins Spiel rein oder nicht. Aber das haben wir, denke ich, heute über 90 Minuten dann auch gezeigt und auch reingebracht. So gute Disziplin an den Tag gelegt gegen den Ball. Haben aber dann auch immer wieder gute Aktionen gehabt nach vorne oder auch von hinten aus im Spielaufbau. Wir wussten, dass es auch ein schweres Geläuf wird, das haben wir schon von Anfang an gesehen. Und dann tun wir dann auch immer schlimmer geworden. Und haben auch mal gesagt, spielen wir weniger von hinten raus und eher auf den zweiten Ball und von dort an werden. Ich denke, wir sind dann auch irgendwann verdient in Führung gegangen. War schon ein bisschen kurios. Wenn du mit Doppel 6 spielst, ein 6er flammender, ein anderer 6er macht das Tor rein und dann stoßen wir sich ab. Aber wir haben ein bisschen Glück gehabt dann auch. Aber wobei wir der Vorgang auch in Führung gehen können. Und kurz vor der Halbzeit mal einen unnötigen Standard zu bekommen, auch gut überstanden. Und dann in der zweiten Halbzeit genauso weiter gemacht, das nicht mehr aus der Hand gegeben. Dann immer wieder gut nach vorne gespielt, gute Kontermöglichkeiten gehabt. Immer wieder griffig gewesen, gute Ballgewinne gehabt. Und dass dann das zweite und das zweite so reinfallen, eher die schwierigen dann reingegangen auch. Und ich denke, oh, nachdem ich da läuft mal runter und spiel quer, kommt ein Tipp zu weit. In der ersten Halbzeit auch schon einfache Chancen gehabt, wo es Kalatitis 1 gegen 1 gegen Torwart geht. Können wir schon früher den Deckel drauf machen, auch in der Halbzeit. Aber in der Summe, dann bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, was sie an den Tag gelegt haben. Und ich denke auch, in der Summe dann mit dem Preno ist es ja verdient. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Schiene. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Klemer und seinen Kommentar. Ja, von mir herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch zum absolut verdienten Sieg. Wir hatten auch eine gute Vorbereitung, wir hatten auch gute Gegner. Wir haben auch in der Türkei richtig gute Arbeit abgeliefert. Und komischerweise in jeder Trainings-Einheit, in jedem Testspiel und in jedem internen Elf gegen Elf waren wir griffiger, aggressiver, galliger als heute im Spiel. Kann mir kein Mensch erklären, warum das so ist. Na ja, ich sage mal so ab Minute sieben oder acht, die ersten Minuten waren okay. War alles viel zu langsam, im Kopf zu langsam, in den Beinen zu langsam, als würden sie alle einen Riesenrucksack voll auf Lein mit sich schleppen. Keinen zweiten Ball bekommen, kein gutes Zwergernverhalten gehabt. Die offensiven Lösungen, die wir eigentlich, wo ich gedacht habe, wir wären auf einen guten Weg, sind überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Alles sehr, sehr fahrig und sehr schwerfällig. Das komplette Gegenteil in den letzten drei Wochen. Im Training war es komplett anders. Da muss ich mit den Spielern in die Diskussion gehen, wie sowas so geballt auftreten kann. Du kannst immer mal einen Spieler haben, der einen schlechten Tag erwischt. Bei uns haben wir heute acht oder neun Spieler einen schlechten Tag erwischt gleichzeitig. Und dann kannst du natürlich gegen einen guten Gegner nicht gewinnen und kannst du nicht mal unentschieden spielen. Und das war natürlich eine absolut enttäuschende Leistung. Da muss man auch nicht drum herumreden. Und da muss man auch nicht großartig nach Entschuldigungen suchen, weil wir jetzt mal nicht trainieren konnten gestern. Sondern das wäre ein ganz billiges Alibi suchen. Das ist einfach so, dass wir heute total neben uns gestanden sind. Und gegen einen guten Gegner hochverliebend verloren haben. Und eigentlich das ganze Spiel, wenn wir keine Chance hatten, heute was zu holen. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheine nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Würzburg. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Bei unserem nächsten Heimspiel am Samstag, 9. Februar, 14 Uhr zu Gast. Der TSV 1860 München. Bis dahin ein schönes Wochenende noch. Tschüss, dass wir hier in der Karstie gehen.